das war wirklich knapp gerade wir holen uns jetzt noch mal eine vernünftige waffe hier ist noch nix was sagst du sag das noch mal zu mir ein sprung druck da wieder ich die hasse dieses sprung druck noch ein sprung druck wo kommt der ganze sprung druck da her verdammt nochmal mal schon wieder so einer ich hab so ein gefühl es war nicht der letzte sprung druck da alter da gibt es doch nicht so so gott so wie ich jetzt schon krepiert bin wir müssen mein vater vom schiff bringen bevor es abstopft so sauber so soll es sein so was habe ich was mit dem rex verstanden captain rex der gehört niemals zu euch die zeit des imperiums ist gekommen gehe nicht mit ihm unter ist das ein rettungsversuch ich lehne dankend ab wir müssen gehen los rex erwartet auch von mir das nicht weg aber ich gehöre hierher ein leben gehört dem imperium ich habe dafür gekämpft du hast meine schwäche erkannt und wurdest nicht davon verschlungen das hat dich stark gemacht deshalb wirst du mich hier zurücklassen du verdienst was besser nein deshalb bist du ohne mich von dir weg du verdienst dein leben in frieden überlebe lebe ja ein kapitän oder besser gesagt diesmal ein admiral geht da mit seinem schiff unter ich muss zu der muss überleben es passiert gleich noch nicht oh alter den hat es erwischt der ist schon weg warum bist du noch mal auf schiff gelang wie so ich komme da ist es eine rettungskapsel ja ist wahrscheinlich deswegen wenn du dich auf und und das wird Ja, es ist vorbei. Das war sowas für ein Club. Der Droide sagt mir, dass er lebt. Sieht so aus. Das freut mich. Los, kommt jetzt. Das müsst ihr sehen. Was ist los? Was ist los? Das ist die Operation. Das sieht wirklich so aus. Oh Gott, Alter. Alles. Und das war's anscheinend. Jahrzehnte später. Hier. 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 Dring Isabel. Hier. Kylo Ren, die First Order Stormtrooper. Wenn Sie mein Schiff mieten möchten, können Sie auch einfach fragen. Die Karte zu Skywalker. Du weißt, wie ich sie finden kann. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wo ist sie jetzt? Raus aus meinem Korb! Nein! Nein! Ich werde es gar nicht sagen! Es gibt es nicht, ich bin Kylo Ren. Krass, Alter. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Nein! Du bist doch nicht einer der Überlebenden! Du hattest Hoffnung, das Appellum würde dir Mut geben. Fühlst du dich jetzt mutig? Dumpf! Ich weiß nicht, wovon sie reden. Wo ist sie jetzt? Deine Erinnerung ist so leicht zu knacken. Du wirst es mir sagen, irgendwann. Alter, das ist Wren heftig, der ist ja heftig drauf, der Typ. Was wollen sie eigentlich kennen? Und? Wir werden es abwarten müssen. Ein Wurm auf Admiral Versius. Das ist ein Wurm auf Admiral Versius. Das ist ein Wurm auf Admiral Versius. Wurde! Aua, ab spät! Aua, ab spät! Eidem Versio! A bähend! Gut genug für euch beide! Kommen zuerst! Sie hat dich ruhig wie jetzt! Du bist ein geborener Feigling. Wo müssen wir jetzt hin? Krass. Der ist Schlitz aber ab. Wo müssen wir hin? Hier, hier. Oh, die haben eine Tochter. Oh, die haben eine Tochter. Na, ach komm, übertreib doch jetzt nicht. Nein, ich muss zurück in die Bezug. Wo muss ich hin? Ich raff's gerade nicht. Wo muss ich hin? Ah. Pileon. Du warst schon mal hier. Du hast was gefunden. Deinen Glauben. Die Jedi. Warum helfen sie mir? Warum helfen sie mir? Der Glaube brachte dich zur Macht. Die Macht brachte dich zum alten Mann. Es war dumm, hierher zurückzukommen. So haben sie dich gefunden. Vielleicht wollte er gefunden werden. Krass. Wo deine Familie untergeht. Wo du untergehen wirst. Kämpfe ich gerade gegen meine eigenen Truppen? Ja. Was ist, wenn er sich nicht mehr bewegen kann? Hier ist ja noch einer von dem blöden. Er macht seinen eigenen Truppen gerade fertig. Da ist noch einer. Wenn, da machen wir alle platt, Mann. Wo sind ja Kylo Ren. Der tickt ja immer gerne mal aus. Ich nicht. Das wäre wie fängt Kylo Ren, wenn wir nicht alle platt machen würden. Nicht, wenn du mir sagst, wo die Karte von Skywalker ist. Wo hat Lor Senteca die Karte hingebracht? Bayora. Er brachte sie nach Bayora. Entdeckung. Entdeckung. Ich hab was ich wollte. Der gehört Ihnen. Räumen Sie auf. Oh, verdammt. Wie geht's dir, Del? Erspar mir die Floskeln, Hask. Wir wissen beide, wie es endet. Du wirst nicht den Held spielen. Denn du, du bist kein Soldat mehr. Sieh dich an, du Feigli. Du hast deine Waffe eingetauscht. Wofür? Vaterschaft. Oder Frachtverkehr auf der Khorus. Weißt du, Eiden hat mich vielleicht verraten, aber du, Del, du hast mich enttäuscht. Du hast mich enttäuscht. Wir haben uns verändert, oder? Seh dich an. Du warst doch mal tot. Tja, Eiden hat ja vieles geschafft, außer mich zu töten. Wie es aussieht. Hask. Gideon. Lass sie einfach in Ruhe. Das wird nicht gut für dich enden. Bitte. Hast du so ein Schwein? Also, Projektwiederbelebung kann weitergehen wie geplant. Im Gegenteil, Kleiner. Ich hab dich gewählt, weil, weil du mal nützlich für mich warst. Wir haben alles wieder aufgebaut und der Genata-Sicherheit das System überlassen. Und als Gegenleistung liegst du hinter dem Zeitplan und hast zugelassen, dass jemand unseren Plan entdeckt. Ein kleiner Fehler, mein Wort darauf. Meine Männer verlegen die Filio-Operationen verdoppelt. Wir müssen einfachen unsere Arbeit auf Atula. Nun, ich werde ein paar Männer zurücklassen, die das überwachen werden. Und ihr begrabt Del Mico und seine Crew. Finger weg von der Korpus. Du weißt, das wird sicher erloggen. Davon geh ich aus. Oh Mann. Es geht immer noch weiter und weiter. Das ist doch schön. Star Wars Battlefront 2. Das war's auch schon mit dem Let's Play. Wir haben eine Belohnung freigeschaltet. Ich glaube, das wird dann all dem Versio sein. Die wir dann für Online-Modus freigeschaltet haben. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin sprachlos. Also, die Story ist der Wahnsinn. Also, ich finde sie gut gemacht. Und wie es aussieht, gewinnt immer die gute Seite. Auch wenn ich dachte, es sieht dann nicht anders aus. Aber hat gesehen. Ja gut, irgendwann kommt immer eine böse Macht. Das war ja klar mit der First Order. Aber es wird auch später noch weitergehen, weil EA noch ein DLC auch für den Singleplayer rausbringen wird. Also für den Story Mode. Und da wird es dann weitergehen. Und da kann ich euch schon mal dahin gehen. Sag ich mal wirklich Spoiler. Da wird Versio in die First Order eintreten. Habe ich so gelesen, ob es wirklich stimmen wird. Ich habe es gelesen. Wäre schon ein mieser Spoiler. Aber stand da anscheinend schon drauf. Auf den, was die veröffentlicht haben. EA, die haben ja so einen Wochenplan veröffentlicht. Ab Dezember, ab dem 5. Dezember geht es ja los. Da gibt es dann immer wieder Herausforderungen und alles für Online Modus. Und dann DLCs, dann ab dem 13. Genau zum, eigentlich zum, einen Tag vor Filmstart. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Aber wir sehen uns auch wieder, wenn ihr weiter guckt. Ich werde noch den Multiplayer Let's Playen. Auch live, nochmal live Let's Play. Vielleicht auch den Story Modus machen. Und auf jeden Fall auch live, live Stream Online Modus. Das werde ich auf jeden Fall machen. Weil das Spiel, für mich finde ich, dies ja richtig stark geworden ist. Auch der Online Modus fand ich stark. Was mit den Lootboxen ist, sehr gut. Also ich sage mal, ein guter Spieler kann mit den Lootboxen wirklich stark werden. Wenn du gut spielen kannst, schaffst du es aber auch so. Muss ich wirklich sagen. Wenn ein schlechter Spieler, der keine Erfahrung hat, der wird natürlich Schwierigkeiten später haben. mit Leuten, die sich da hochgeskalt haben. Das wird natürlich dann hart. Für Anfänger wird es richtig hart. Aber man kann es, das Spiel ist einfach zu lernen. Wirklich. Das ist wie jedes andere Spiel auch. Ja, also, falls euch das Let's Play gefallen hat, lasst ein Abo da. Für mehr auf jeden Fall. Lasst ein Däumchen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.